Hallo liebe Schlagerplanet, bei meinem letzten Besuch bei euch, da habt ihr mir dieses tolle T-Shirt hier geschenkt und ich habe euch versprochen, dass ich daraus ein Chipsy T-Shirt mache. Und siehe da, das ist was, hier oben, in den Toppen hier hinten, auch noch was Schönes hinzugefügt. Ich hoffe, es gefällt. Ja, ich grüße euch heute aus Hamburg, ich bin hier mit Andreas Gabayer unterwegs. Hier ist meine Garderobe und jetzt geht es dann bald auf die Bühne. Bis bald, ciao.